Ja, hallo, Mike? Ja, das wäre grossartig. In 10 Minuten? Was möchtest du zum Trinken? Kaffee? Das ist gut. Also bis dann. Tschüss. Kaffee? Kaffee? Zähnete Puh Zähnete 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 Du kannst reinkommen. Hallo Mike, hallo Michael, willkommen. Vielen Dank. Und du wolltest Kaffee haben? Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie gesehen, was Lean bedeutet und was wir mit Kizen, den kleinen Verbesserungen, meinen. Kleine Verbesserungen mit grossen Auswirkungen. Wir verbesserten vieles und optimierten den ganzen Prozess. Wir veränderten Folgendes. Ich fragte den Kunden, was er wirklich möchte. Ich stellte die Kaffeemaschine direkt neben den Wasserhahn. Ich stellte die Filter neben die Kaffeemaschine. Ich stellte auch den Kaffee neben die Kaffeemaschine. Ich fand ein gutes Werkzeug, einen Messlöffel und schliesslich produzierte ich die richtige Menge Kaffee für zwei Personen. Weiter nutzte ich die Wartezeit, um andere wichtige Dinge zu tun. Ich füllte die Kaffee-Dose auf, damit der Kaffee später nicht ausgeht und ich wusch in der Zwischenzeit ab. Alles zusammen, also einfache, kleine Verbesserungen. Aber der wichtigste Teil davon war, dass mein Kunde glücklich war und das bekam, was er bestellt hatte. Ich tat alles in einer kürzeren Zeit und reduzierte die Prozessschritte. Ich verringerte die Zeit, um Material zu suchen und ich reduzierte die verschüttete Menge an Material. Alles in allem war es viel einfacher für mich und das ist genau der Punkt, worum es geht. So, das war unser Kaffee Kaitzen. Und ich fordere Sie auf, an Ihren Arbeitsplatz zu gehen, zu beobachten, Waste zu finden und Verbesserungen zu erreichen. So, das war unser Kaffee Kaitzen.